Und da sind wir wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus und heute endlich mal wieder zu einem Kauftsgebraucht Video. Bei Kauftsgebraucht kaufe ich mir ja bestimmte Klemmbausteinsets gebraucht, stelle sie hier vor, zeige euch auch nochmal in welchem Zustand und so weiter ich jetzt bekommen habe und dann reden wir darüber, ob sich diese älteren Sets jetzt als Gebrauchtkauf immer noch lohnen. Und ich denke das Thema wird immer immer aktueller. Die Inflation momentan geht ja nun nicht nur auf Lebensmittel und andere Sachen, sondern eben auch auf Lego-Sets und auf Sets anderer Klemmbausteinhersteller. Und umso interessanter wird es meiner Meinung nach auch mal sich ein gebrauchtes Set anzuschauen. Dieses Set hier habe ich für 6 Euro gekauft. Es wurde als vollständig beworben, hat natürlich eine Verpackung, die nicht mehr in einem Top-Zustand ist, aber darauf kommt es mir bei einem Spielset jetzt auch wahrlich nicht an und beide Anleitungen waren dabei. Bei dem Set handelt es sich um die Lego Creator 5763, ein 3 in 1 Set von Creator, wo wir eben einmal den Sandbuggy haben, ein Trike und ein Quad. Hier oben seht ihr nochmal die Teileliste, könnt ihr euch wie auch anhalten, wenn euch das Ganze interessiert und nochmal eine 1 zu 1 Abbildung von dem Reifen. Auf der Rückseite der Verpackung haben wir nochmal alle 3 Sets abgebildet, die ich auch alle 3 gebaut habe. Am Ende aber den Sandbuggy, weil er mir auf den ersten Blick am besten gefallen hat und das hat sich auch bestätigt, also stelle ich heute auch den Sandbuggy vor. Und das Hauptfeature von diesen Sets ist, dass wir hier eben eine Federung haben in so einem kleinen Set und diese Federung wird aber über Gummis gelöst und nicht über Federn. Das zeige ich euch aber wie gesagt gleich an dem Sandbuggy. Nur vorneweg, auch das Quad und das Trike haben wirklich wirklich Spaß gemacht. Also hier sind wirklich alle 3 Sets brauchbar. Und dann haben wir noch 2 Anleitungen dabei, einmal die Anleitung für das Hauptset und die Anleitung für das Quad und das Trike. Und das hat es auch nochmal ein bisschen billiger gemacht, weil die Anleitungen sind gelocht, dementsprechend eben auch nicht mehr in einem Sandbuggy-Zustand. Aber wie gesagt, darum geht es mir bei diesen Sets und bei diesen Vorstellungen überhaupt nicht. Ansonsten sind die Anleitungen natürlich Lego-typisch. Es sind sehr schöne große Abbildungen und beim Hauptset haben wir insgesamt 38 Seiten und 36 Bauschritte, bis der Buggy fertig ist. Ich war ja als Kind ein riesiger Fan von diesen Creator-Modellen und das hat sich hier für mich auch jetzt noch bestätigt. Und deshalb schauen wir uns doch jetzt endlich mal den Sandbuggy an, bevor ich euch weiter auf die Folter spanne. Die Adleraugen unter euch haben jetzt bestimmt schon 2 Sachen bemerkt. Und zwar das Set wurde als vollständig beworben, ist aber ein bisschen geflungen kurz. Denn diese 2 roten Teile hier, die 2 roten Gitter waren dabei, obwohl dort eigentlich so eine Fliese noch mit dabei sein sollte. Die hatte aber gefehlt. Dafür waren diese 2 roten Gitter dabei. Und die 2 Spiegeln hier sollten eigentlich so mit grauen Teilen gelöst sein, sind hier aber mit 2 weißen Seagclamps gelöst. Würde mich jetzt als Kind überhaupt nicht stören beim Spielen. Bei einem Set im Sander-Zustand wäre es natürlich ärgerlich. Trotzdem, Flunkert bittet doch einfach nicht in solchen Anzeigen, ihr könnt doch gerne reinschreiben. Weil 2 Teile gefehlt haben, haben wir sie durch andere ersetzt und es würde niemanden stören. Gerade weil ich diese roten Gitter an und für sich auch cool finde. Wenn wir uns das Set dann so anschauen, haben wir hier hinten natürlich das Hauptfeature, die Federung. Von vorn finde ich ihn aber auch sehr cool gebaut mit diesen 2 großen Leuchten. Und ich finde die Front sieht richtig schön aggressiv aus. Als Kind wäre ich auch bei dem Heckspoiler voll dabei gewesen, gefällt mir auch. Genauso wie die Heckansicht. Und natürlich sieht das jetzt nicht aus wie ein Modellbauset oder ähnliches. Es ist eben ein Creator-Spielset. Und ich finde, dafür sieht es echt cool aus. Und als Kind hätte ich daran sehr, sehr viel Freude gehabt. Auch ist dieses Set super, super einfach und vor allem sehr schnell zu bauen. Also man braucht pro Modell bei den Kleinen noch in ungefähr 10 Minuten, bei dem hier ungefähr 15 Minuten. Wenn man sich sehr beeilt, ist man nochmal ein Stückchen schneller. Wenn man es noch mehr genießt und sich Zeit lässt, ist es mal ein Stückchen langsamer. Aber das ist wirklich ein Snack für zwischendurch vom Aufbau. Schafft aber dann eben auch die Zielgruppe dieses Sets und zwar Kinder. Und dafür sollte eben so ein Lego-Set auch sein. Da wird die Zielgruppe 6 bis 12 eben wirklich noch angesprochen und steht nicht nur auf der Packung. Das Highlight des Sets ist wie gesagt die Federung. Und die Federung wird über zwei Gummis gelöst, die in so einem Kugelgelenk hängen, die jeweils in einem Liftarm sind und dann eben hier nach unten gezogen werden. Und das ist natürlich keine Hightech-Lösung, aber es reicht völlig für ein Set in dieser Preiskategorie. Und man hat damit trotzdem sehr viel Spaß. Und man muss ihn zu Gute halten, obwohl das Set ja nun jetzt ungefähr sieben Jahre alt ist, sind die Gummis immer noch super weich und funktionieren sehr gut und sind nicht spröde geworden oder ähnliches. Wenn man jetzt also mit dem Ganzen fährt, hat man hier wirklich einen schönen Federweg. Das einzige leider nervige ist, dass wir doch relativ schnell am Boden aufkommen und dann eben auch relativ hart aufkommen. Also der Federweg hat natürlich mit solchen Gummis hier keine Begrenzung. Dementsprechend der Boden ist die Begrenzung, wenn die Bodenfreiheit erreicht ist. Das ist natürlich mit einer richtigen Feder nochmal ein bisschen cooler. Aber wie gesagt, das ist eine andere Preisklasse. Der einzige wirklich große Kritikpunkt für ein Spielset ist, wir haben hier keinen Platz, um eine Minifigur reinzusetzen. Also einmal kommt man gar nicht mit einer Minifigur rein, es ist auch keine Minifigur dabei beim Set und wir haben hier keine Noppen, um überhaupt eine reinzusetzen, das sind Fliesen. Das wäre so gesehen der einzigste Punkt, da mich als Kind ein bisschen stören würde. Ansonsten hatte ich aber mit dem Set super viel Spaß, allein schon vom Bauen her. Und als Kind hat man natürlich noch viel, viel mehr Spaß, damit durch die Gegend zu fahren und zu spielen. Es macht da wirklich auch sehr viel Spaß zu sehen, wie die Federung eben arbeitet. Und das Ganze ist auch wirklich stabil. Also das hält das Spiel aus, da geht nichts kaputt und fällt auch nichts ab. Also auch mit der Minifigur, die eben fehlt und man sowieso nicht reinsetzen könnte, ist das trotzdem noch ein super, super gutes Set, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und wenn ihr es so wie ich bekommt, für 6 Euro ungefähr, oder auch für 8 Euro, dann habt ihr hier einen richtig, richtig guten Deal gemacht und ein tolles Spielset. Es muss nicht immer neu sein, gerade nicht bei Lego und gerade nicht bei den Preisen aktuell. Und mit solchen Sets kann man recht günstig auf jeden Fall noch richtig viel Spaß haben. Dementsprechend, wenn ihr dieses Set hier für einen ähnlichen Preis wie ich findet, und das ist nicht allzu schwer, weil es ist relativ häufig im Netz und eben für diese angesprochenen 8 Euro, wenn es ganz teuer kommt, 10 Euro dann in einem besseren Zustand, dann kauft euch das gerne und ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ich kann euch also dieses Set hier gebraucht nur empfehlen, aber lasst euch am besten nicht über den Tisch ziehen, also guckt euch die Anzeigen auch gut an und gerade die Bilder gut an, ob eben auch die wichtigen Elemente hier mit da sind. Ob jetzt hier oben die Fliese dabei ist oder die Gitter, es ist nicht allzu schlimm. Wenn aber ein Reifen fehlt oder wenn hier so eine lange Plate fehlt und ihr nicht einen riesigen Fundus davon zu Hause habt, dann wird es halt doof. Deshalb da ein bisschen Augen auf. Aber ansonsten könnt ihr da überhaupt nichts falsch machen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so einer Reihe haltet, wo man auch mal auf gebrauchte Sets eingeht unter dem Aspekt, dass ihr euch sie auch selber gebraucht kaufen könntet, weil diese Sets eben auch schon lange nicht mehr auf dem regulären Markt sind. Wenn euch das Ganze auch interessiert, dann wird dazu noch mehr kommen. Ich habe da noch einiges vor, weil ich auch, wie ich schon in mehreren Videos gesagt habe, sehr gerne selber gebrauchte Klemmbersteine kaufe. Aber ich würde sie jetzt in diesem Zustand nicht unbedingt sonst vorstellen als Review, weil dieses Set wurde eben bespielt und die Verpackung und alles wäre nicht mehr in einem Zustand, wo man wirklich darüber richten kann, ob das Set neu besser oder schlechter gewesen wäre. Obwohl hier, wenn ihr euch das Ganze anschaut, wir haben hier kaum Kratzer drauf oder ähnliches. Also teilweise haben Bluebrick Steine oder Steine von Slooban, wenn sie neu aus der Packung kommt, eine schlechtere Qualität. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.